So meine liebe Community, hier kann ich jetzt ein bisschen lauter reden, weil hier sind jetzt die meisten meiner Mitreisenden beschäftigt. Hier ist ein britisches Schiff, das Wrack, was hier rumliegt. Da ist noch so ein kleiner See, da geht es runter zur Lagune. Da sind auch noch Lava-Höhlen, die man auch teilweise übergehen kann. Ihr seht, hier liegen natürlich noch diese ganzen Schiffswrackteile rum. Das sieht ganz komisch aus. Das Meer ist ein bisschen weiter hinten, da werde ich auch jetzt noch hingehen. Sehr interessant, sehr schön. Ich wäre allerdings lieber alleine hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, es ist jetzt leider nicht so, aber gut. Wir machen das Beste draus. Aber es ist hier eine ganz besondere Stimmung mit diesen Wrackteilen. Und es ist wirklich sehr interessant. Jetzt werde ich mal hier den Sandstrand, also Sandstrand, das ist so schwarzer Lava-Strand. Und ich versuche mal, das Meer zu finden. Es ist irgendwie etwas weiter hinten. Also mal gucken, ob wir es entdecken. So, hier ist auch ein bisschen Aussichtsform. Da wollte ich aber jetzt nicht hin. Da liegen überall diese Wrackteile rum. Ihr seht, hier ist ein bisschen schön. Sehr schön. Sehr schön, was heißt schön. Die Stimmung hier ist sehr, sehr interessant. Die ganze Atmosphäre halt eben. Aber man muss schon etwas laufen, bis man zum Wasser kommt. So, da liegen noch so Teile rum. Hier zieht es wieder oben, hat es jetzt nicht gezogen. Aber gut. Ich weiß nicht, ob wir das Hände noch halten können, wenn wir die Finger nicht aufstehen. Ist okay. So, wir suchen mal weiter nach dem Meer. Ja, wie gesagt, ich kann euch nicht versprechen, dass ihr mich versteht in den Videos, weil Wind halt, ne? Ich bin nicht in einem trockenen Stuhl, sondern da bin ich durch die Landschaft von Island. Da sind Steine, Steine, Steine. Da ist das Meer. Wir haben es gefunden. Ja, das Meer. Da gehen wir jetzt hin. Ja, ich bin jetzt etwas außer Atem. Das Laufen hier ist nicht so einfach. So. Strand gefunden. Ja. Da guckt mal. Da ist es. Ist das nicht atemberaubend? Unglaublich schön. So. Moment. Hoppala. Da. Kistenlinie. Menschen. Das sieht auch interessant aus. Ja. So. Entschuldige. Ich brauche wieder ein bisschen zu schnell. Aber gut. So. Damit lasse ich euch jetzt. Ja. Ich werde noch ein bisschen weiter laufen. Wenn das eine oder andere Interessante noch kommt, werde ich noch nicht hören. Aber für den Moment sage ich euch mal auf Wiedersehen. Bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.